Hallo, wir sind Simon und Florian. Gemeinsam mit Lukas, der gerade nicht hier ist, haben wir eine Videobox gebaut. Mit der nehmen wir gerade dieses Video auf. Diese ermöglicht, dass man direkt von der TU Night aus eine Nachricht direkt auf YouTube veröffentlichen kann. Mal sehen, wie viel es nutzen. Viel Spaß!